Hallo und willkommen zu einer kleinen Bonus-Episode im molekularen Garten. Vor ein paar Monaten hatte ich hier ein Video über Blutorangen hochgeladen. Da ging es darum, wie Kälte die rote Farbe hervorbringt. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann holt das schnell nach und kommt danach hierher zurück. Heute gibt es zwei Updates zum Video, eins zu euren Daten und ein eher persönliches. Aber erstmal zu euren Daten. Am Ende vom Blutorangen-Video gab es einen Aufruf an alle, euch zum Datensammeln. Und kann man eigentlich von der Farbe der Orangen auf die Temperatur im Anbaugebiet rückschließen? Das würde ich gerne untersuchen und brauche dabei eure Hilfe. Wenn ihr diesen Winter noch Blutorangen kauft, dann schaut doch mal, wie viele davon rot sind, wie viele orange und wie viele dazwischen liegen. Und füllt dann mein kleines Formular aus. Den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Wenn genug Daten zusammenkommen, dann mache ich am Ende der Saison ein Blutorangen-Extra-Video mit den Ergebnissen. Mittlerweile ist der Winter und damit auch die Blutorangen-Saison vorbei und zeigt, dass wir uns die Daten anschauen. Ich habe euch nach verschiedenen Dingen gefragt, unter anderem Sorte, Herkunft, Kaufdatum und die Farbe von euren Orangen. Und vielen Dank an alle euch, die Daten gesammelt habt. Es sind ein paar Daten zusammengekommen, aber leider nicht genug, um damit eine anständige statistische Analyse zu machen. Mein Plan war gewesen, eure Farbdaten mit den Klimadaten aus den Anbaugebieten abzugleichen und zu schauen, ob die korrelieren. Aber dafür reichen die Daten leider nicht. Es gibt zu wenig Datenpunkte, um zu sehen, ob irgendwas korreliert oder auch nicht. Aber für alle euch, die fleißig Daten gesammelt habt oder auch nur neugierig seid, hier trotzdem eine kleine Zusammenfassung. Die meisten, also 70% von euren Orangen, waren von der Sorte Moro und kommen aus Sizilien. 10% waren Tarocco, auch aus Sizilien, und 20% waren Sanguinello aus Valencia in Spanien. Farblich war von allem was dabei, jeweils 24% waren dunkel oder hellrot, 38% waren gefleckt und nur 14% waren orange. Das war's erstmal mit dem Blut Orangen, aber noch nicht ganz, denn ich hatte das Video beim Fast Forward Science Multimedia Wettbewerb eingereicht, in der Kategorie Scientist and Research Institution Award, und es hat es doch tatsächlich ins Finale geschafft. Das heißt, es ist unter den Top 3 in seiner Kategorie. Und ob es vielleicht sogar gewonnen hat, das wird am 16. Juni auf dem Silbersalz Festival in Halle bekannt gegeben. Falls ihr in der Nähe seid, dann schaut doch vorbei. Es gibt auf jeden Fall ein spannendes Programm mit Filmen, Events und Ausstellungen rund um die Wissenschaft. Einen Link zum Festival findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das war jetzt wirklich alles über die Blut Orangen. Erstmal auf jeden Fall. Demnächst gibt's dann wieder ein anderes Thema. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020